Ähm, ja lass uns irgendwas bauen jetzt. Lass uns mal irgendwie so ein Haus oder irgend sowas bauen. Ähm, lass uns doch so ein Dorf bauen. Ja toll, wir haben links neben uns ein Dorf. Ja genau, das machen wir groß. Toll, super Idee. Oder wir bauen uns so eine eigene Stadt, das find ich auch richtig geil. Was ich, ja okay, lass uns mal das, guck mal, warte, bleib mal hier stehen. Stell dir mal vor, hier die ganze Ebene wär voller Häuser und so. Ja, wir bauen uns unsere eigene Stadt mit Rathaus und sowas. Ja okay, machen wir das. Also da brauchen wir erstmal Holzfarben, dann mach dir mal eine Diamant-Axt. Nein, keine, was lass, Alter, warum Diamant-Axt? So, erstmal verzaubern auf Level 13. Hast du ernsthaft eine Diamant-Axt gemacht? Effizienz 2, jawohl. Hast du ernsthaft eine Diamant-Axt gemacht? Nein. So, jetzt haben wir keine Diamanten mehr, ne? Doch, 3. Wo denn? Alter, in der Diamanten-Box? Da. Oh Mann. Okay, dann mach ich mir auch eine. Ja eben. Wenn du so verschwenderisch bist, dann mach ich auch. So. Aber ich hab keine Level mehr, ne? Ich trinke erstmal einen Speed-Trank. Ey, jetzt wollte ich, ich hol mir auch welche. Komm. Und du Unsichtbarkeits-Tränke, damit du mich nicht ziehst. Das ist ja vorteilhaft. Das ist echt vorteilhaft, ne? Also, ich will den Speed-Alter, das ist gar nicht schnell. Nee, ne? Also, Speed 2 ist echt gar nicht krass. Ach so, Speed 2? Lol, das ist noch nicht mal Speed 2. Einfach mal den Speed 2. Äh, die unteren rein. Da ist kein Speed 2 in den Lappen. Sicher? Ja, das ist der Speed 2. Alter! Wie man mit der Diamant-Axt auf Effizienz 2 einfach so richtig alles krass wegfahrt, ne? Aber, ne? Aber. Hol einfach nur normales Holz, okay? Normales, ne? Ja. Nö, nö. Aber, gehen wir doch irgendwo anders hin, weil, das schöne Wald hier. Der kommt eh weg durch Häuser. Das ist wie die modernen Tischen. Toll, alles kahl und zerstört. So halbe Bäume stehen hier noch rum. So. Ach nein, jetzt wird's Nacht. Ich nehme einfach alle Bäume mit, ne? Ja, natürlich. Wo bist du hin jetzt? Irgendwohin. Ey, wollen wir mit dem Pferd? Ach nee, das dauert ein längeres abbauen. Das dauert länger. Schade. Pferd, das ist schon ziemlich geil. Ja. Ich gebe es einfach mal hier hin und schaue. Soll ich mal kurz schlafen? Oh ja, lass schnell ins Bett legen auf die 1.6 Art. Ups. What? Oh. Hast du das extra eingegeben jetzt? Nein, ich gebe mir ne einzelnes Junge. Ich gebe das extra ein, Junge, genau. Ja, hallo? Hä, was ist denn das für eine Scheiße? Tu mir nie ein Tensal, doch. Richtig geil, lohnt sich ja. Ja, lohnt sich echt, ne? Das sind gar nicht viele Bäume. So. Hast du auch deine verzaubert, deine Axt? Nein, ich habe kein Level. Hi. Hi, super. Ich backe, ich backe. Backe, backe, Kuchen. Der Bäcker hat gekuchen. Kuchen? Genau. Ist ja schön. Ist ja echt eigentlich schön. Überleg mal, der Bäcker würde Kuchen. Ist echt scheiße, ne? Vor allem, das schädigt ja die Wirtschaft so dermaßen. Überleg mal, was bringt das dem denn? Guck mal, wie die Finanzen runtergehen würden, wenn der Bäcker Kuchen machen würden, ne? Ja, ist echt so. Ohne Witz unserer macht das, ne? Ja, Alter, echt jetzt? Ja. Ey, Alter, ihr Armen. Ist doch voll scheiße. Ja, aber... Vor allem die Aktien. Die Aktien. Das siehst du am DAX? Das siehst du am DAX? Das siehst du echt. Ohne Witz. Ohne Witz. Lol. Ist ja nichts brutal tief hier unten. Ach so. Komm mal, Nils. Das ist ja toll. Nils, gucke mal. BAM! Ah, schade. Oh. Oh, 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 oh. Alter. Geht's gar nicht runter, ne? Wollen wir wetten, wenn wir da runtergehen, finden wir Goldschirr und Diamanten. Also jetzt geradeaus runter. Ach so, nee, glaube ich nicht. Wollen wir wetten? Nein. Ich geh das runter. Mach das. Nee, dann musst du mich wieder ganz hoch bauen. Ja, das ist es halt. Lol, das ist eine Schlucht. Deine Mutter ist auch eine Schlucht. Ja, was ist dagegen? Ah, deine Mutter hat eine Schlucht. Ach, da. Zwischen ihren Bäumen. Genau. Was war das für eine Lache gerade? Ich lach so immer. Wusstest du das nicht? Doch, natürlich. Aber nur weil ich kackt. Kannst du die Kuh hier fällen? Ja, fäll sie mal. Schade. Die hat doch schon ein Fell. Die brauchst du nicht extra fällen. Alter, ich hab 15 Stacks Eichenholz, ne? Ja, 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 hast du. Nee, aber ich hab echt fast zweieinhalb. Es gibt auch gar nicht viel Äpfel oder so. Alter. Okay. So. Ja, ich hab auch zweieinhalb. Okay. Nein, ja, 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 ja. Meine Diamantachse ist gleich weg. Dein Ernst? Nein, halt auf, Junge. Ich dachte schon. Warte, ich kann auch 1383 Baumstämme fällen. Ist ja wenig. Ist echt wenig eigentlich. Reicht eigentlich, glaub ich, nicht. Nee. Ist da Haltbarkeit drauf? Nein. Alter, wie übel. Überleg mal mit Haltbarkeit 3. Das ist wenig. Da sind's, glaub ich, so 5000 oder so. 10.000, oder? Nee, Haltbarkeit 3 ist, glaub ich, nach jedem dritten Schlag ist eins weg. Echt? Ja. Und 1500 sind's, also 4500. Ist eigentlich wenig, wenn man's so bedenkt. Nee, 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 mal 4. Haltbarkeit 1 ist nach jedem zweiten, Haltbarkeit 2 ist nach jedem dritten und Haltbarkeit 3 ist nach jedem vierten. Stimmt, dann, äh... Du hast 6000, oh, ist ja doof. Ja, ist eigentlich echt doof. Okay, na. Aber wir brauchen übelst viel Holz jetzt. Ohne Witze, wir haben doch grad drüber geredet, wie tief diese Schlucht ist, ne? Ja. Ich bin ja grad drüber gesprungen, aus Versehen. Alter. Gar nicht Risiko, oder so. Nee. Normal. Ich find ja, eine der geilsten Verzauberungen ist Feather Falling. Ist eigentlich echt geil. Jetzt mal ohne Witz, also. Ja, ja, ist echt so. Bis wie geht es? 4, gell? Oder 3? Bis 4. Ist eigentlich schon geil. Und da kannst du aus 128, ich glaub 128 Blöcken runterspringen und stirbst nicht. Voll geil. Ist ja auch, wo du kannst das auswählen. Ich fände es viel geiler, wenn man Enchanting auswählen könnte. Ja, wäre echt so. Das wäre halt schon ein bisschen, ähm, ein bisschen arg, cheaten, so ein bisschen, ne? Warum? Du bezahlst ja dein Level dann. Nein, nein, nein. Das halte ich von dir. Nein, nein, nein. Scheiße, ich nehm grad die ganze Hände auf. Ja, ja, klar. Glaub ich dir. Fuck. Tschüss. Oh, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. So, zwei Äpfel eingesammelt. Scheiße. Oh nein. Oh, shit. Ach, wie du vorhin drauf reingefallen bist. Das hat echt funktioniert, ne? Ja, da hat es echt funktioniert. Lass mal auf jeden sagen. Hier hat es keine Bäume mehr. Es sind mir jetzt keine Bäume mehr. Was machen wir? Ich pflanz mal neue, okay? Scheiße. Was denn? Das war, das Blut. Das war witzig. Ist auch logisch. Ist eigentlich echt logisch. Bist du nicht mehr in dem Wald, wo wir vorhin waren? Was? Nein, ich bin woanders hin. Bin ich die ganze Zeit noch. Jetzt hat es auch keine Bäume mehr. So, eins, zwei, drei. Dreieinhalb Stacks Holz habe ich schon. Wie viel hast du? Vierinhalb. Okay. Das heißt mal fünf durch Wurzel zwölf ergibt es... Träufzehn. Träufzehn. Genau. Wie viele Äpfel hast du? Drei. Aber ich sammle halt nicht nichts auf, ne? So. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich nichts bringt. Ah, hallo Sammy. Hallo. Wie oft wird sich Zufall bewegen? Das heißt, wie viele Wälder es hier gibt. Ja. So, ich gehe mal ein Stück weg, okay? Ich gehe mal rechts am Wald lang. Okay, ich gehe links. Weißt du, was ich richtig scheiße finde? Was? Das haben sie auch, äh... Ich weiß gar nicht, bei welchem Update das war. Wenn du... Also, wenn du mit einem Schwert irgendeinen Mob schlägst, gell? Mhm. Und wenn du in Panik bist, schlägst halt ganz schön... Also, ganz schön schnell. Ganz schön oft drauf, ne? Aha. Und nach jedem Schlag zieht du das eins ab von halt... Auch wenn du dich triffst, ne? Ja, genau. Nein, doch, das schon. Also, wenn du nett triffst, nett. Aber wenn du halt die ganze Zeit so ganz schnell drauf schlägst, ne? Doch, doch. Ich glaube, auch wenn du klickst. Ja. Und auch wenn die keinen Schaden kriegen. Nein, das ist nett. Weil sie schon schlagen. Nein, 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 das ist nett. Nein, nein, das ist nett. Aber wenn du jetzt die ganze Zeit drauf bist und zu viele Klicks machst, obwohl die nur drei Schläge brauchen, und du machst zum Beispiel 16 Klicks drauf. Ja, das meine ich ja. Dann sind 16. Das ist voll scheiße. Ne, ist super. Echt toll, ja. Bring.